So, damit wieder zurück zu Let's Play MTA, ähm, V.O.W. live. Und, äh, heute mit dabei ist... Der Let's Player, äh, 1, 7, 7, 5, meins. Genau, ich hatte mir ja einen Berater, äh, gesucht, sagen wir mal so, ähm, und, äh, ja, er wurde ausgewählt und er wird mir heute noch ein bisschen auf dem Server zeigen. Und was mir ja letzt gesagt hat, dass mein Motorrad weg ist, ja, es ist weg. Verdammt. Ähm, das kannst du mit GPS da nicht orten. Ich kann's doch tierisch aber respawn. Wenn du weißt, du, dass das noch steht. Ich will von der Abonnenten mit seinem Low war da gerade angefahren. Warte mal. Nö, Roller. Ne, das ist ja auch nicht set, Web, LP. Okay, so war. Er hat der Fächstelle über, finde ich ja, und da läuft über die Eisenmanns-Mann, wie war nochmal für Weike, hey, WL, ah, da. Äh, äh, ähm, zum Wieskorn am Parkort. Tobi Heike, ich glaub, es müsste mein erstes sein. Tobi Heike 1. Du hast einen übergenieteten Roller. Äh, bist du hier? Du hast ein Auto, wie ich sporn, ah, da steht das ja. Na, das ist meine? Mein Gott, nee, ich habe ganz gefunden, meins. Ja, ich weiß nicht, wo meinst du? Ich glaube, ich sitze hier vorne, hab ich gesagt, ich mein Kart. Ah, ich hab den Motor auch gebrockt. Ne, das ist Spaß. Ne, dann, ja, ich hab mir einen auf meine Karte geballert. Äh, ich guck mal kurz, ob die Settings in Town ein bisschen runtergehen kann, weil du gerade echt leise bist. Äh, ja, oh, ja, es kann sein, weil ich mal ein Mikrofon, der was angestellt hab, vorher war ich eben was übergepegelt. Juhu, so. Ja. Ah, Hilfe! Was denn? Oh, Setup wird gerade von der Polizei verfolgt. Oh, so, okay. Oh, hier ist ein Tosi, Hot Girl. Wo bist du? Sollen wir uns mal bei dem Bahnhof hier, bei der, bei dem, ähm... Ja, bin ich gerade. Okay, da falle ich nicht. Wie ist... Alter, wer nennt sich Hot Girl? So, wieder zurück, nachdem ich jetzt gerade auf den Desktop geschossen wurde von dem Spiel. Da ich nicht das neueste Update habe, ich hoffe, es liegt daran, dass ich jetzt wieder rausfliege. Ach, darf er nochmal cutten? Ja, ja. Der letzten Cut habe ich jetzt gelöscht, also ich bin gerade schon mal nochmal auf den Desktop geflogen, deswegen habe ich jetzt einfach mal geupdatet. Ähm, soll ich einfach runterkommen zum Bahnhof, ist besser, oder? Ich bin gleich da. Okay, dann warte ich hier mit meinem Roller. Nein, 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 nein. Alter! Ja, pass auf, die rast dich alle hier weg, wenn du nicht schnell genug bist. Nee, wo vom Roller runtergehauen. Ja, ich weiß, die kann ja gerne Roller. Jetzt steht einfach vorne auf dem... vom Torn wartet auf mich. Nein, ich hole mir nicht wieder. Tja, Pech gehabt, gelitten. Na, was machst du jetzt? Gelitten, ja. Ich bin hier in der Aufm Parkplatz. Wo? Faden muss dich. Ja, hier. Ah, pass auf. Ja, ja. Ja, er ist abgeschlossen, bestimmt. Ja, damage. Ich habe F gedrückt, Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich zie... Darf ich fahren? Ja, okay. Demolier sie aber nicht. Ja, ich schau dir das. Hey, komm her! Mach aber nichts mehr die Tür zu. Sieht etwas blöd aus, wenn man das auf der Tür verlust. Ja, ich kriege dich nicht zu. Okay, naja, ich nicht. Pass auf, der hat Hydraulik drin. Okay, ähm, wir müssen zum Bahnhof bis hier lang, ne? Das ist glaub ich, ein Abonnent von hier. Echt? Der hat mir mal einen Roller geklaut. Pfö, Diabo. Ah, fuck. Alter, wie viel besser hat die scheiß Karabendier. Wieso? Also, irgendwie geht der ja mehr ab. Bei meinem Tampagging nicht so gut. Ich hab den auch gemordet, ist das nicht? Ja, ich mein ja, deswegen. Nö, so hab ich aber alles rausgelassen, weil das nicht gekloppt ist, damit zu fahren. Äh, hier lang, ne? Oder? Nee, natürlich nicht. Ja, aufpassen, hier ist eine Leiche. Ich würde schnell abhauen. War ich nicht. Kann man mir eh nicht anders. Ja, ich hab daneben gestanden, ähm, und dann wollte ich fahren. Hab beinahe ein Worte gekriegt, weil die dachten, dass ich ihn erschossen kann. Kannst du es irgendwie schaffen, der Mikro ein bisschen lauter zu stellen? Kann ich nicht schaffen, dass ich kurz dann auf dem Desktop hatte. Ja, ganz gut, weil man hört sich echt ein bisschen schlecht. Ja, wenn ich Skype das jetzt gut ist, äh, ist es besser? Nicht viel. Einmal kurz. Jetzt besser? Jetzt ist es gut, ja, so ist es perfekt. Ich hab mein Mikrofon einfach hochgedreht. Da vorne wird gerade jemand überfahren. Ich muss mal ganz kurz hier lang, und da vorne muss gleich mal ein Motorrad stehen. So? Müsste. Da liegt nicht drüber fahren, du Sack! Haha, ein Abonnent, der dich mag. So, bitte. Oh, das ist eine Arbeit, das ist ein Hälter. Ähm, das war so, was gibt es noch so für Aktivitäten, um es aber kann es jetzt mal ein bisschen rumzeigen. Der ganz cool. Ähm, ja, Aktivitäten. Aktivitäten. Aktivitäten überlegen. Außerweiß. Äh, nö, ich hab jetzt eigentlich nicht viel geguckt, aber, ähm, ich glaub, es gab irgendein, es gibt, glaub ich, gar keine Artisierten auf diesem Server. Ich glaub, es gab irgendwo mal eine Paintballer, die ja weiß ich, aber jetzt nicht mehr ganz genau, wo sie ist. Das ist nicht der blauen Totenschädel hier. Äh, keine Ahnung, das hat mich auch schon immer gefragt. Hat mich jeder gefragt. Das kann, glaub ich, ja, das ist ein Motorrad hinten, da. Ja, aber keine Motorräder. Ja. Die kosten nicht auch scheiße viel. Ja, die kosten sehr viel. Ähm, aber auch Bauarbeit ist ein guter Stopp, wenn du dich schon mal ausprobiert hast. Echt, verdienst du mit Google, oder? Na, geht. Am Anfang bist du natürlich wieder Level 1. Ja, klar. Da verdienst du nicht so viel, da verdienst du, glaub ich, 25 Dollar. Boah. Aber das verdienst du pro, das sind solche Stackpoints, wo du dann durchlaufen musst. Die sind unten in der Grube drin. Ähm, damit verdienst du dein Pro so, oh. Äh, ich hätte den von Roller hauen sollen, aber egal. Die Garage ist immer noch, es ist wohl aufgebrochen. Häppig. Hier wird alles aufgebrochen. Warte mal, ich guck mal kurz, wow. Welchen Level ich gerade aktuell bin, ja? Ja, guck mal. Ähm, immer, immer schön, wenn du siehst, dass ein Auto kommt, schnell auf die Seite fahren. Egal wie. Ich wurde letztens, mein LKB wurde letztens von dem FBI kaputt gemacht. Hm, war, hab's nur gesehen. Hab ja alle Folgen von dir geguckt. Äh, ja, ich bin aktuell über 28 Line 1, als das aktuell ist, was ich fahren kann. Ich kann. Oh, mein Motorrad soll sich nicht einfach so wegschmeißen. Damage, ja, ich sollte man mich auch nicht einfach so hinstellen. Und, und, abgeschlossen. Dom, kauf mir also eigentlich montan nur, musst du ja nicht, dass meine Karre demolieren. Hab ich gar nicht. Doch. Ja, vorne, ich hab eine Laterne mitgenommen, mein Gott. Oh, Motor angelassen, ups. Ja, das, immer nicht. Und guck mal, Gott, hier, du sollst ja am besten hier hinten parken. Und sonst, sonst, da vorne gehst du deine Karre kaputt. Wieso? Äh, LKB finde das witzig, in dein Auto reinzuraten. Okay, mach ich dir auch mal. Ich fahre nicht aus dem Grund, fahre dein Auto rein. Nein, das war nicht wirklich, habe ich auch schon gemacht, habe ein Derby genommen. So, mal, Motor ausmachen. Nicht, das brauchst du nicht, einfach nur Motor aus. Ja, hab ich doch drauf. Motor, mein Auto muss ja auch noch abschließen. Don't mess with me. Scheißkarre, oh, Entschuldigung, homie. Oh, mein Gott, ich darfst dich verletzen, ich habe über drei Stunden gespielt. Weil, wie viel Essen hab ich echt noch, oh, fast nur noch die Hälfte, unter der Hälfte, aber. Da ist immer, was ist es erstmal vorgehen? Äh, es gibt doch da hinten die Rechtsseite, diese Pizzeria, die füllt immer komplett Leben auf. Ist das normal? Soll das so? Ja, ist normal. Ich kann dir aber einen kleinen Trick zeigen, womit du nicht so oft dahin fahren musst oder so lange brauchst. Okay, wäre gut. Ja, komm mal kurz her. Äh, boah, komm. So, ich will einfach mal ganz vorsichtig rausfahren, ich will meine Karren nicht schon wieder demolieren. Ich bin, glaube ich, drei Karren hinter mir. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Soll ich mal vollbremsen? Okay, sag ich doch, ich bremte jetzt voll. Ich fliege mal. Oh, oh, oh. Ich kann gut wirften. Ich kann, Entschuldigung. Komm, sag ich Bescheid, wenn du triffst, ich das hinten reinspringe. Nö. Oh, ja. Oh, ja. So, das war jetzt mit Abdeck, Entschuldigung. Oh, ja, ja. Ich auch. Hallo. Häm, wäm, wäm. Oh, du sollst es nicht, das ist ein Polizist. Der kann ja ganz leicht ein Wort geben. Komm mal kurz her. Äh, am besten hier kann... Hier, am besten das Motorrad... Nein, 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 oh, scheiße. Steig drauf, ich will den Motor ausmachen. Warum kann ich jetzt nicht auf das Schiss-Motorrad... Nichts kaufen! Ouch, look out! Ich habe mir gerade was zu trinken gekauft. Ja, dann füllst du auch deine Energie auf. Wie kostet das hier? Das kostet irgendwie zwei Dollar und du hast mit drei Energy-Trinks oder das hier voll. An diesem Automaten kannst du dein Geld abheben, das ist ein bisschen falsch, liebes Spiel. Ja, wenn du hier vorne hingehst. Das steht bei mir nicht mehr, weil ich keine Abdeckung habe. Was muss ich hier drücken bei dem Essen? Äh, Enter. Darum solltest du am besten dein Auto wegpacken, sonst geht das nicht. Dann packst du es manchmal. Und hier kriegst du dann auch dein Auto... Dein Leben voll. Wie kostet das? Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich muss kurz gucken, wie viel das abzieht. Drei Dollar, glaube ich. Oh, das ist super billig. Ja, gut, mach keinen Unterschied. Und du musst hier vor nichts von den Staub zu weit wegfahren. Okay, das geht ja. Nein, ich soll was kaufen! Du sollst auf das Motorrad steigen! Oh, ich... Ich werde hier fett. Nein, nichts kaufen! Geh auf das Motorrad! Steig auf das... Alter, ich stehe hier hinten und er kauft sich immer noch was! Das geht ja. Das ist total ein Bug. Du könntest auch... Du könntest an den Automaten gehen. Pass mal auf, ich zeige dir, was das Ding ist. Du könntest an den Automaten gehen und jetzt könntest du weggehen. Und jetzt könntest du es trinken. Ja, es ist witzig. Es ist einfach eine hohe, das wie jemand es meint. Ja, aber es ist ja eh auf Fanbasisprogrammiert. Also es ist wirklich... Lampen auch noch kaputt. So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge, steh! Hilfe! Oh mein Gott, jetzt hast du mein Auto voll demoliert. Oh, scheiße, bin ich abgestiegen. Äh... Erst rebelliere ich erst mal mein Auto, wegen ein GTA Noob, der mir vor allem mal in der Karre gefahren ist. Ich fahr zum... Äh... Au! Bin in den Baum gefahren. Ich wollte eigentlich zum... zur Firma fahren. Also ein bisschen arbeiten. Ja, halt, mach ich jetzt auch. Fick dich doch! Ey, ich fahr da auf die Schiene. Der bleibt mit Vorderreifen auf den Schienen. Ich mach das, mein Skiflug, das gibt's doch nicht. Oh! Drechsel. Go! Die Montanbacken-Motorräder auch auf dem Server hab ich großgefunden. Ich merk's auch gerade. Äh... Okay, ich soll stehen bleiben, aber ich verkanne Verkehrskontrolle geraten, kann nichts dafür. Pff. Haha, 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 viel Spaß. Dammit. Was denn, was ist das drittmal heute? Ich bin schon mit Make-A-W-Blitz vor und ich habe 60 km mal mehr drauf, als ich durfte. Äh... Wenn das richtig macht, wäre es nicht geblitzt. Einfach ganz weit, einfach etwas so fallen, wo... Ich weiß immer, wo die Blitzer sind, hier vorne ist, in einem Blitzer. Und ich weiß, ich weiß nicht mehr WorldTrader oder Linerunner WorldTraden oder von der Geschwindigkeit. Ja, bringt ihr mehr Geld? Ich bin gefahren, so. Tourstaat. Ich hab nebenbei, das ist Sau. Alter! No, ne, ich bin das jetzt mal nicht ich. Alter, ja, ich hab mich schon gar nicht gewundert. Hä? FBI-Wer ist gesucht. Halt sie das an, sonst sei das nicht das vorher. Ach so, ich, Spaß, aber nicht gemeint. Auch an alle Zuschauer, wenn ihr auch sowas mal mitmachen wollt, wie Let's Play, dann bewertet euch doch einfach. Ähm, auch mit so einem Video, was ihr alles mehr zeigen könnt. Bla, 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 also einfach werben und schon, seid ihr mit im Video drin. Ja, so wie er. Für eine Session, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen, mal gucken. Ähm, wo ist mein Punkt, wo ich hin muss? Äh, wieder komplett dahinten hin, Mann, ey. Damage. Damage, nicht die Anhänger verlieren, nicht die Anhänger. Oh. Äh, vorsichtig. Ähm, das ist das, was meine Schuld ist, habe ich mal mein Auto kaputt gemacht. Komplett geschrottet? Nein, die Wand habe ich gekürzt, jetzt ist mein Spannend, der schief. So, dann wollen wir doch mal über die Autobahn jetzt wieder rüber. Boah. Und ich hoffe, da sieht ihr so ein Assi, die immer nur in Fullspeed entgegengeballert kommt. So, oh ja, okay, das bin ich das Opfer. So, hier oben. Ich kann da gerne mal Fullspeed entgegen, okay? Shit. Ich bin bei der Einfahrt zur Autobahn an den Pfosten hängen geblieben. Oh mein Gott. Und ich hab' gefangen. Oh, ich hab' gefangen. Oh, ey, Alter, was ist das denn für ein... Alter, will er liebst noch gleich... Ha, 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 ha. Will der verrecken? Der macht halt meinen Hammer-Tief-Flug. So. So, ich nehm' den hier, der bringt dir am meisten Geld. Wer? Der hier. Ey, den hab' ich gerade auch. Ja. Ach, shit. Das ist ein Tanker, du willst du wohl. Ach, so. Den kannst du mir nicht. Ich lege gar kein Tanker längig, oder? Nein, das ist ein Tanker, das ist ein anderer Ecker, wie den du hast. Ach so. Was findest du damit, damit verdienst du zu 205? Alter, was mir ist, du dir gerade, warte mal, muss ich denn hin? Geil, das ist auch geil, gekickt. Landfliegen. So kann man auch gekickt werden. Fiegt ordentlich, sonst wird er gekickt. Ach, ich hab' gar keinen Gefangenen, ausgewählt, okay, kann ich ihn so kaputt machen, so. Ja, ich hab' auch kein... Ach, das auch gut, wenn du gefangen hast, du kannst auch einen Umbretter damit. Was nur ein Schaden. Machen wir mal die Map auf. Oh, wo komm ich denn zu der Insel nochmal hin? Hm, hinter, 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 hinter. Ach, wo ist du da unten hin? Ja, gut, ich... Nee, in der Mitte muss ich hin. Äh, für Gott, viel Spaß sind bei allen Fliegen, erfahren. Ich fahre ich den Weg jetzt auswendig. Fährst du denn lang? Wer? Ja, weil du gerade runtergefahren bist. Ich drehe um. Hier liegt ein Roller... ne, Motorrad liegt hier rum. Ich muss umdrehen und ich mache das nicht auf der Straße, ich fahre hier einmal runter und fahre da wieder hoch. Dann kann man sich... ist mein Name gedreht. Komm rum, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig fahre, über die Autobahn, ich hoffe mal. Äh, komm, 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 ja, perfekt. So, da ist es richtig. Ach, keine Ahnung, passt schon, muss passen. So, noch ein bisschen was trinken. Ah, hier. Ja, okay, ähm... Oh, ich merke gerade, was ich gemacht habe. Ich habe keine Gefangenen gut ausgewählt, ich habe Zeit fahren. Ich habe noch 80 Sekunden, bis in die Mitte der Stadt zu kommen. Ah, 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 ah! Arschlecken sicher nicht! Ah, soll ich das niemals hinkriegen, ey? Das ist ein Witz. Ganz schlechter. 60 Sekunden, ey! Toll, da haben andere Leute eine ganze Autoflotte besorgt. Also ich glaube, ich glaube, es ist ein LKW abzuliefern. Oh, 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 mein Anhänger schwankt. Nicht abkürzen, Vollgas. über 160 er hat immer mehr 140 herum fast auf 180 den berg hoch ich muss ich komme eigentlich mit der vollgas nehmen das schaffe ich nicht das ist doch kacke ich nehme die kurve vollgas aber auch wo es gefangen oder länger sollten wir lassen weil wenn er sich aus hängt das passiert eigentlich nichts ich kann immer wieder auf die schaffte der jene ich bringe zu dem LKW in den Berg und das klappt ja der Aninger ist noch dran der Aninger ist immer noch dran obwohl ich schon den zweiten Berg runtergesprungen jetzt ist er weg oh mein Gott ja er hat mein LKW überholt im Überschlag so Roadtrain ganz normal so wo 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 einher kommt wieder ich trifft auch ab und zu mit den Anhängern geht auch naja ich denke mir ist so extremst gegen wenn du mir dann entgegenkommst nö das passiert bei mir nicht ich kann auch gegen denken ich bin auch hier mit weiter ich fahre mit 80 den berg hoch da geht es eigentlich sonst mitten auf der Straße drehen ja was alles meine ich muss so fahren wie ich das vorhin gemacht habe da runterfahren und dann umkehren ja aber da kann jetzt vielleicht ein Auto entgegenkommen und das voll wegkramt ja meine Arbeit ist ausgeglichen ja meistens ja meistens sind sie so hohe und machen das mit Absicht ausweichen denn dass du das bittet weil die sehen dass das du der Bild ist am Rasen in der Absicht der Reine ich könnte mir meine Kommentare schreiben wie viele von euch aktuell auf diesem Server spielen weil wir gerade erst wo aufgehangen sehr 130 Leute sind ja mittlerweile schon auf dem Server drauf schon eine Menge das ist doch so ich eigentlich erzählen AFA zu verkürzen das heißt Stadtteil aber ich weiß vorher nicht eigentlich sollte aber egal und das war mit einem der sind immer so toll ich habe nur 80 zu ballern ja ich war ich war einfach mit quer durch die Stadt zu bekommen mittlerweile zwei Punkte wo die driften Anhänger und jetzt hier hoch den Berg. Aber ich hab nicht... Du Penner! Leck mich! Wow, 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 kriegt den Anhänger wieder gerade, da kommt mir einer mit seinem Tourismus entgegen, haut mir voll in den LKW rein. Das, das meinte ich, das ist, das sind die Leute, die denken, oh, guck mal, das geht dir an, du Bier, jetzt rase ich ihn um. Weil er ist so lieb, den Stopp zu verdämmeln. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich seh mich grad auf dem Map nicht. Oh, scheiße, ich muss komplett woanders hin. Ach, dammit, ich hab komplett die falsche Route gemacht. Ach, das Kacke. Ich hab einen falschen Punkt gesehen. Kommt, sieh, ich hab halt auch, ich hab halt auch andere roten, ich muss auch anders noch hinfahren, als du. Ich fahr grad mitten durch die Innenstadt mit LKW. Wo um sich auch. Oh, ich springen. Ich hab auch gerade, ich bin nicht abgarten, mal bis rumgedrückt, wir sagen, und hab jemanden dabei mit umgesetzt. Weil da ich grad hier gibt es in dieses Sprünge wie in Zempel und Cisco, das sind 160. Aber ich hier gut finde, dass noch keine... Okay, äh, dass sie keine Zollschranken sind. Nee, bisher noch nicht. Bisschen noch nicht. Oh, hier geht ne Ballerei los, ich geh lieber weg. Ich fahr lieber, denn stell weg. Hier rum, da rum... Geht echt gar ne Ballerei los, da schießt der eine an den anderen Platz. Ist doch realistisch. Ja, total Realismus, wenn einer auf der Straße... Ja, weil das ist ja voll scheiß kriminell, der Server, da kommst, ich bleibst mit dem Auto bei der Pizzeria stehen, siehst direkt wie ein Auto anfählen, äh, stehen bleibt, der eine Typ bleibt drin sitzen, der andere ganz in deinem Auto willst klauen. Ja. Doch immer, selbst wenn du das Auto, wenn du eingestiegen bist, immer absichern. Gut, ich merke jetzt grad auf den Kreisgefahren. Kei, wie komm ich auf diese blöde Brücke jetzt da drauf. Äh... Ja, diese rötliche da in der Mitte, ja. Ja, da musst du gucken. Danke, musst du gucken. Die rötliche ist ja die Zugbrücke, die daneben würde ich gern... Ach, einfach auf die Autobahn. Ach, kacke, bin ich blöd. Okay, wir halten ein bisschen den Kreis. Ich bin da... Ich weiß, wie man immer... Ich weiß auch... Ich weiß auch jede Tue, wenn man da raufkommt. Ich mittlerweile fast... Egal wie anfangen, ich komm eh rauf. Ich nehm, ich werde diese Folge von dir abgelenkt, du bist der Grund. Komm rum. So. Wie wärst du von mir abgelenkt? Oh, warte mal, da vorne ist eigentlich der Blitzer, aber der muss... Muss ja nicht immer besetzt sein, nicht? Gibt Vollgas, klappt schon. Ich hab nur 400 auf dem Konto, also wenn ich gleich vielleicht... Jetzt schiefgehe. Auf der Brücke ist ein Glitzer, ne? Nein, nicht nicht. Doch, eigentlich schon. Der da hat, dass ich aber letztes Mal erwischt. Ah, ich mach mal ohne Gefangenen, gut. Das geht irgendwie schneller. Ich bin Level 50. Ich hab noch keinen neuen Level geschafft, weil ich mir jetzt mal meinen Akerw-Sacket zerstört hab. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen neuen Akerw gibt. Ich hab jetzt nur die drei neuen Akerw, ich fahr auch immer gerne mit ihnen an. Soll ich erzählen? Äh, das ist ernsthaft. So, man sagt, am gleichen Punkt wieder hinfahren, wo ich ganz wohin in den Gefahren bin. Okay, da weiß ich genau, wie ich sein muss. So, ich muss wieder zu diesem scheiß Zeltlager, da kommt hier nicht den Deck und dann die ist es gehe ich nicht. Nein, das geht es lieber nicht bei deinem Fahrkönnen, da fliegt der mal da an. Ey, das ist gutes Fahrkönnen, also. Ich hab nichts gemacht, ich bin unschuldig. Ich bin nur ein Opfer des Spiels. Ja, und mir. Ja. Leute, was mach ich hier eigentlich, da für eine Scheiße? Ganz große. Jetzt, oh, jetzt mach ich einen riesenumweg. Okay, das kann jetzt etwas länger sein, aber ich mach einen riesenumweg. So, hier lang. Oh, die Ecke ist noch schneller. 130 fahr ich. Das ist mit dem hier ganz, gar kein Problem. So, hier runter. Hast du das jetzt gehört? Nein, das ist ein neuer Soundeffekt in GTA. Ja, ja, gut. Nein, das war meine fette Kat, die musste alles runterreißen, sag ich. Wow, 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 Hicke, komm. Und zum Tipi Hotel. Tipi Hotel, da. Wow, wow, wow. Oh, geil, das sah jetzt stylisch aus. Mein Eingang fährt quer weiter und der Auflieger fährt quer. Ja, ich fahr die ganze Zeit, aber quer mit den Anhängern und da an, der Zugfahrzeug bleibt gerade. Wow, scheiße, das soll ich jetzt gleich, der wird reißen, der Reißer, der Reißer, der Tour her. Weil schon ein Anlinger, die neuen LKW-Tipp. Ich hab jetzt, äh, wollte zwei und zwei andere noch zwei andere LKW-Tipp. Ah, jetzt muss ich darunter. Schöner, Asiatino, ich hab dich überfahren, dass er direkt von meinem LKW-Tipp. Da bin ich ja nicht schuld. Null. Sie sollten vorstellen. So. Du bist, du bist selbst schuld. Wenn dich einer überfährt, bist du immer selbst schuld. Das muss man auch vor Gericht suchen. Der war selbst schuld, der hat sich davor gestellt. Ja. Das ist der KW. Ja, halt mit einem Angeheimnis, mit einem LKW, der noch 130 Fall. Da gibt es endlich, dass Kombinationen, die ich irgendwie noch lernen sollte. Das ist auch so. Das ist der KW. Das ist der KW. Das ist der KW. Das ist der KW. Mit M geht das auch, oder was? Ja. Eigentlich, ja, bei mir geht das jetzt auch. Ah, ja, bei mir auch. Okay. Dann brauchst du nicht mal da unten auf die Tasse zu drücken. Du bist auch mal auf die Tasse. Das ist ja praktisch. Du musst irgendwo raufklicken und das abbrechen. Ja, ich hab gerade gesehen. Ein LKW, der geradezu auch fast eine Kippe zu rast, ist nicht gut, wenn ich dann plötzlich die Maus in der Hand habe. Nein. Ist ja suboptimal. Das geht auch noch nebenbei. Ich kann selbst noch Kohle einstecken. Nebenbei, wo ich LKW fahre. Wow, 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 lieber LKW. Alter! Da kommt mein Anhänger quer und dann kommt noch so ein Idiot mit seinem SUV-Ballametten rein. Ja, ich mag LKWs nicht, weil die sind total, das schwamm ich mit dem Fahrwerk, aber die sind immer witzig, wenn man eigentlich gar nicht rammt wird. Ja. Dann mach ich auch einmal als Schatzverfahren. Hol ich meinen, Entschuldigung, den SUV und zunehm ich mit Hydraulik und ramm die mal weg. Und jeder regt sich jedes Mal auf. So. Nein, scheiße, meine Decke. Oh mein Gott. Ah. Fuh, was war das jetzt? Lol. Achso, oh, ich hab aber gefahren gut. Achso, darum verliere ich gerade. Hab mich gar gewundert, ich bleib einfach still. Auf einmal Mission wehgeschlagen. Hallo alt, warum? So, weil ich stehen geblieben bin. Ja klar, das Gefahrenboot muss in Bewegung sein, sonst tickt's. Mach bumm. Ja mein Gott. Ich muss bestimmt die Geschwindigkeit halten. 200. Boah. Um. Also ich rasse gleich die nächste nicht voll in die New Face. So, und abgeliefert. Yay. Jetzt bin ich level 30, ob ich irgendwas Neues. Den Tanker. Den Tanker, ja. Der ist sehr unnötig. Ich fahr den trotzdem mal. Oh, der ist groß. Selbst was schießt. Ich hab mir auch schon gedacht, man fährt bald mit dem Panzer, aber nee, das fährt nicht. Okay, Asiatino ist ein Abonnent. Sehr schön, ich bin im Fernsehen. Nicht so ganz. Noch bin ich da nicht. Vielleicht steht aber, wow. Ich kann sogar mit einem Anhänger umdrehen, das ist wieder einnötig. Aber komm, komm schon da hin. Ich drehe mich. Aber so geht das auch. Einmal rumziehen, entweder schon. Ich muss auch in die Mitte. Sehr lustig ist ein Tanker, aber man hat einen normalen Anhänger. Jetzt erkläre mir die Logik, was ist da ein Tanker? Keine Ahnung. Eigentlich, wie viele LKWs fahren jetzt? Zu viele gerade. Aber ich hab schon ein LKW-Fahrer mit meinem LKW gemobbt. Ich hab seinen Anhänger umgedreht. Und der vorne kann nicht fahren, der fährt Zanglinie. Oh, klar, ich hab nicht. Okay, falsch. Nee, das ist... Alter, keiner, keiner... Oh, 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 stopp, stopp, nein, nicht. Mein Anhänger ist weg. Oh, war meine Schuld. Schöne, Gott. Nee, mein Anhänger hat sich so weit quergestellt, mein LKW ist einfach weitergeholen. Er hat den mit rumgedreht. Scheiße. Nee, ich bin nach Dien gefahren, außerdem. Mein vorderes Schein wäre fast kaputt. Tja. Shit happens. Ja, ich bin da auch so ein Ding nicht gefahren. Und ich weiß noch mal nicht, wie ich fahren soll. Und ein bisschen länger. Ja, nicht so eine gute Idee. Einfach hier den Hügel nehmen mit einem LKW, das ist jetzt sehr schlau. So, warte. Hier rum, rumlenken, einlenken. Jetzt lenkt doch mal, du. Mein Gott. Ja, das ist der Tanke, der lenkt wie eine Wurst. So, rum. Henning, die LKW. Einfach so fahren, und ich hab mich... Ich hab mich verfahren. Der würde mal einfach ohne Anhänger rum. die Schäden aneinander hier steht nicht gerade an er ist das so lange er ist das bei mir auch erdeckt bei mir auch übernommen das ist Gartenbach ich sehe von gar nicht voll entgegengeschossen sein LKW der Tank hat er dieselben Ziele wie der Sattenschlepper auch wo er wusste muss da war ich heute schon mal ich gerade schon mal Nee, oder doch? Keine Ahnung wow, das ist immer so kack jemand hier um die Ecke wird zur Brücke rauf Tietig, Tietig oder geht aber auch ganz gut ab mit Tanker ein Versteller da vorne, wenn er nicht fahren kann soll bleib einfach irgendwie nimm den Autos oder keine Ahnung, fahr einfach nicht mein Gott der Bremser war voll 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 die Karte vor mir wo da nichts ist pure Absicht ja, und demnächst steht meine Einfahrt und ich komme nicht auf die Autobahn das habe ich einfach mal als Kalt weggerannt, aber gut der Autogang fängt zu brennen ich habe schon wieder kommen mit dem Anhängerzweb Finterm Mann ja wow, 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 ja, ein Motorrad, wow, ne, ich lasse es lieber, das war ein Polizist BAM, überfahren oh, nicht kein Radio, aus ich, ich, ich hab, ich hab gar keinen Ton an ja, wir haben einen ganzen Ton runter geregelt weil das Radio bringt nicht einen Sound das Radio kann zu hoch bis zu 103 bis 0, das bringt gar nichts ja, ich denke mal, es ist bewusst, den geht ja aus Andreas selber runterdrehen ja na, so, okay Lois, jetzt geht auch mal mein Radio an aber gut, egal what damage Alter what the, was war das denn jetzt Joel das hat jetzt irgendwie vollgebackt bei mir so, was los mein Anhänger fliegt auf einmal nach oben und ich hab meine Mission ins Weg gestart hahaha das ist nur einfach, das ist doch so ein Bug gewesen mein Anhänger fliegt auf einmal hoch und ich hab meine Mission ins Weg gestart Juhu, Tanker so, was ist das denn? und dann ist dieser Bug wieder da jetzt hat sich Tacna Base bei mir eingeklickt so, ich bin der Asi, der die Autos hier von den anderen Leuten anfährt ach ja, der ist ja schon, dann schieben wir mal ein bisschen zurecht die Autos, eh, die wollen sogar weg mit der Gegenfahrer klatsch ich weiß, ich hab auch schon mal ein Auto auf die Straße geschoben oh, mein Anhänger wäre keine Schürze mehr naja guck mal, ich fühle uns ein Soundgeräusch ja, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? wieder da hin, ey, warum, ich will ja nicht 50 mal zur selben Stelle brettern oder ist das das selber, ne? ne, jetzt nicht oh, komm, in der Fall wieder hin ah, da okay glaube, genau es ist aber vielleicht sein, mach mal gleich mal kein Stopp und mach zeigen, was müssen den Server so machen bisschen rumjuckeln und müssen was zeigen, den Server das bestimmt noch nicht viel Damage, ich soll das auf die Brücke und nicht ruckere, ich will hier ruckere, ich will nicht, weil ich auch nicht weiß, was ich zeigen wollte ja hier drüber kürzen, es geht hast du wörtlichkeiten, vielleicht wenn es hier welche gibt ja, sogar ja, vielleicht wow, wow, dammit ich fahr einfach mal mit dem Tanklaster durch, äh, mit dem Laster einfach mal durch die Tankstelle, das geht Gute Idee, macht richtig schön bumm komm jetzt hoch, du scheiße LKW, mein Gott, das ist nur ein kleiner Berg muss ich jetzt hier links, oder? Network Trouble, ey! bist du grad auch bei dir Network Trouble? gut gut, da ist gerade mein Internet anscheinend abgekackt, äh, wir sehen uns gleich wieder so, da bin ich wieder, ja, mein Internet ist abgeschissen, deswegen ich grad auch schön vom Server geflabbert bin und schön, äh, denn das ist, äh, mach ich jetzt schnell meinen Stopp fertig und dann zeig mir noch was ja, ich will kurz meinen Motorrad wieder ja, ja, und steht er doch beim Trucker ich bin jetzt fertig ja, ja, ich komm kurz runter zum Truck und dann können wir gleich gemeinsam losfahren ja, ich kann ihn auch abholen ne, ne, mein Motorrad ist hier eh da unten, deswegen kriegt mir das ja nichts ich hab einen Roller grad geklaut, aber egal ich hab einen gerade ich hab einen noch nie geklaut ich, ich muss nicht klauen, ich will nicht spiel legal hier, ne? ich will die anderen Leute nicht mehr doch, ich hab einen Roller grad geklaut, ich war so faul ist, um zu meinen Autos zu laufen ich stehe auch direkt daneben ich war beim LKW-Stopp, weißt du, da hab ich da vorne mein Auto gefarkt und dann bin ich jetzt faul gewesen, um zu laufen so, ich komm mal wieder hochgebrettert aber solche K-Mod-Servers sind eigentlich auch schon geil ja, wie gesagt, hab ich ihm grad erzählt, es gab mir nämlich ein Abonnent zum K-Mod-Server gezeigt den will ich mir auch mal angucken also, da fährt man nur mit gemolten Autos dann könnte ich auch zeigen, so da würde ich da auch mal reinschauen mal gucken, ob's da... was ist mit der Beleuchtung plötzlich los? ja, hab ich mir auch grad gefragt, ja Alter, Schwetter, wechsel in eineinhalb Sekunde, ey, was ist das denn hier? das ist total Relive das ist total, dass Relive ist, das ist total, dass Relive Fick dich! Relive, äh, hau ab jetzt ähm, ne, man macht den nur für den Job alles, man macht ja sonst nix in der Freizeit ja, ich hab's da runter das Spiel eigentlich, ich vorging's bei mir auch nicht, MTA musste ich etwas, er gern er dachte, dass ich einen Trainer drin hab, der irgendwas mit MTA machen könnte, aber nein, hab ich noch mal hinter dir hier, da aber fall diesmal nicht vom Motorrad so oft nee, nee äh wuhu, 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 wuhu ja, man's kann guck was ich hab warum bist du mit deinem scheiß Tampa Scherr als ich mit dem Motorrad? Irgendwas läuft ja doch falsch bei der Programmierung gespielt nö, haha, ich war grad vorhau wuhu ha 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 ich bin voll reingerast komm, ich bin schneller als du komm, komm ich, ich war mit Vollgas auf die Kurven fuck der Mensch ich hab's rausgehauen ich hab ne Laterne mitgenommen, dann bin ich vorher in der Wand geschleuert worden ich hab ganz quer schön auf der Straße gezwürftet weil, wieso fliegt bei mir jetzt einer mit dem Motorrad rum? ach das ist da fliegst du mit dem Motorrad rum? nee mir fliegt sogar ne Luft rum und baks wie viel kosten die Karren hier eigentlich? Ich will mal kurz gucken pass mal kurz auf mein Motorrad auf, ich hab jetzt keinen Bock, den Motor auszumachen komm ich auch irgendwie so rein? Nee, schade äh, da ey, pass auf das klaut eh gleich einer kann ich jetzt noch 100% Ottos Auto wie kostet die so ne kleine? ja, die kosten die keinen, echt vier ah, Motorrad 32,000 54,000 ah, 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 ah mach mal kurz vor deinem Motorrad, dann kann keiner mit Vorwassern fahren wie kann ich nochmal aus dem Shop wieder raus? äh, äh, Bala du hast, ach gut, du hast nicht genug Geld ufa, what a fool können sie, ihr habt mal einfach von deinem Motorrad geparkt, wenn zum Käfer dann klaut wenigstens keiner ja, Motor, mein Motor ist auch, obwohl ich den gar nicht ausgemacht hab ja, hier drüben kannst du den Staubfischer machen echt? hier hinten Staubfischer, ja da brauchst du aber, guck mal, hier würde ich das Montan nicht machen, weil das dreht sich alles aus was? was geht denn hier ab mit den Booten? ja, das Montan eine vier hohe Welle oh darum äh, das kommt jetzt öfters auf Servern auch, warum solltest du aufpassen, wenn du verlobt bist hier brauchst du aber einen Motorbohnenschein und einen Angelschein komm, scheiß, was geht denn mit den Booten, ja ja, das ist eine vier hohe Welle ok da kannst du sein ich mag dich hey, guck mal aber guck mal, das finde ich auch geil wort gekickt rund DM ist verboten ok, ich würde ihn doch gleich bahn in der DM machen wenn du mir jetzt auszusehen gemacht hast, erstmal auszusehen so 20,30 Leute ich schlag dich aus, das sind auch einfach mal so weil ich hau dich einfach mal aus dem Motorrad wow du bist mir gegen die Karriere, gegen die Motorrad gefahren, als ich die Wheelie gemacht habe, weil ich mich runter gehauen Mann ich find's witzig ja, ja, Arschlecken meine Karriere, warm bist wegen dir ist meine Karriere, total demoliert was hast du eigentlich mit dem Herzen hier, was kann man hier machen? jetzt gleich wie Gangs und so echt? geh mal da rein, lass mal reingehen ja, wow ich muss erstmal die ganz schräg packen mit Licht an natürlich wow halbwürchen doch, aktivität, muss ich nicht hier machen das ist, äh, Okina, komm mal dahin komm, wir haben mal richtig gelb, wir gönnen uns mal ein richtig schön ne, wir gönnen uns ein 5, für 5 Dollar ein Bier guck mal, guck mal hierher guck mal hierher guck mal hier Nikotin nicht abhängig, Ethanol trocken ich will gerade abhängig werden Flasche Bier oh mein Gott, kann man davon nicht besorgen ich wird, oh yeah boah, mein Bild flackert oh ja trink ein TT Whisky ich will auch viel Spaß ich bin noch nicht abhängig von nichts guck mal, was ich getrunken hab ich trink auch, oh, Alter, für 75 Dollar hast du einen Dachschaden ich trink nochmal Whisky Alter, ich kann nicht laufen oh, ich bin, ich bin, äh, Gelegenheitstrinker jetzt mittlerweile schon guck boah ha 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 Bei mir hat das nur eine Sekunde gedauert. Ja, das geht ab. Das geht alle Minuten wieder an. Also ich hab mal besoffen, dass der nicht mehr laufen kann. Komm noch ein Appellitini hinterher. Wär mal Geld, komm mit. Geh mal unser ganz Geld vertrinken aus. Ich hab noch einen getrunken und mir gehts immer noch gut. Also irgendwie ist mein Typ ziemlich alkoholresistent. Oh ja. Kommt noch gedrucken ab. Gibt's hier irgendwie auch solche Tanzanimationen, die man machen kann? Was? Boah, ich dachte, wir sind da vorne rum. Ich gar nicht, bei SMP... Wow, 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 what the fuck, ja. Das geht jetzt auch jetzt nochmal los. Nee, bei SMP, besser SMP kann man ja auch tanzen. Warte mal, geht das hier auch? Oh mein Gott, du sollst nicht neben der Note stehen und tanzen. Oh yeah, wuhu. Ich guck mal, was die Note jetzt macht. Was guck mal, was die Note jetzt macht. Woah, 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 woah. Ich wollte eigentlich auch aufhören zu tanzen. Dazu, ich komme jetzt nicht von der Bühne runter. Alter. Jetzt habe ich erst die Folgen von dem Scheiß... Alter, ich hab drei Bieren, Whisky und zwei diese Apolletini reingedrungen. Alter, ich glaub, boah. Komm, lass zum Outlook, lass zum Motorrad besser gehen. Oh Gott. Das ist doch zum Hildnerd. Okay, dann hauen wir uns doch wieder rein. Ach, einfach springen und schon ist die Animation zu Ende. Ich bin regelmäßig ein Trinker, Benny. Was ist das denn hier? Ich bin regelmäßig ein Trinker jetzt. Oh mein Gott, das ist immer nervig. Was ist denn hier oben? Oh mein Gott. Geh mal weg. Oh mein Gott. Ich bin links als Trinker. Oh Mann, ey. Wie gehst du wieder weg? Ich drück einfach mal shift springen, dann gehst du mir das weg. Achso, okay. Ey, gehst du wirklich. Oh Mann, ist das... Yeah, ich mach ich mir jetzt. Es geht der Typ. Oh mein Gott. Okay, so kann man die Treppe auch abkürzen. Hallo, ich bin der Erste. So, ich mach mich auch mal hier. Komm mal her. Ich bin hier auch, äh... Ich bin auch festangestellt mit meinem... School-Liga bin ich jetzt. Oh je. Aha, ja. Du musst einfach... Du musst einfach das 2-Stick rein kaufen. Davon musst du 3 Stück trinken, dann bist du Säufer. Hey, komm, geh hier. Willst du mich nicht mehr, geh hier. Oh. Gehst du wieder? Ich bin nicht betrunken, ich tanze nur. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt Säufer. Säufer. So, warte mal. Dance 3. Was ist Dance 3? Das ist Dance 2. Oh ja. Voll, ich will die Note von hinten nehmen. Ähm, ja. Oh mein Gott, ist das erregend. Dance 5. Oh, Alter, ja. Ich geh mal richtig ab. Guck mal. Guck mal. Hier, guck mich an. Guck mal. Ich bin so verjährt. Ich bin Wochenendtrinker noch. Warte mal, ich trinke mir noch mal ein Bier. Der muss noch hinterher. Alter, what the fuck. Oh, komm schon. Ich bin Wochenendtrinker noch. Mein Gott. Bier hinterher. Ich bin regelmäßiger Trinkerscheiße. Wer mit gleich... Hm? Du musst diese ganz dick... Äh, diese TNT... Oh nein, so viel Geld hab ich nicht. Ich hab grad einen Tausender. Ich hab 666... 866. Du hast einen neuen sozialen Status freigeschalt. Sauf, Bruder. Das kannst du dir immer seinen Kopf machen. Warte, vergess dich nicht, ein Optionsmenü zu aktivieren. Wo ist denn das Optionsmenü? Das frag ich mich auch schon die ganze Zeit, wo das weg ist. Woah. Ich will zu Ulfa. Oh mein Gott, ich lauf hier... Alter, wie oft? Woah. Ich sollte aufhören mit Alkohol. Jetzt blickt man. Wir haben halt Leute aus dem Weg. Komm, wir gehen mal kurz raus und gehen mal Motorrad fahren und so. Warten mal gucken, ob das betrunken geht, ey. Ich will Autofahren betrunken. Eigentlich müsste ich halt noch betrunken sein, oder nicht? Im Normalfall. Ich hab... Ich weiß nicht, wie viel TNT ich hab. Oh. Ich kann nicht mal einsteigen, wenn man besoffen ist. Warte, ich trinke mir auch mal kurz ein, damit ich betrunken bin und dann fahr ich mit dem Auto. Pass mal kurz auf mein Motorrad bitte auf. Ja, ich kann doch nicht gerade auslaufen. Ah, ich bin betrunken. Haha. Okay, ich bin mittlerweile Alkoholiker. Was kann ich dagegen tun? Gar nix. Wie jetzt? Ich muss jetzt mal ins Alkohol trinken gehen? Ach du Scheiße. So, los geht's. Ach, es will Spaß. Na, hast du was in Let's Play zu tun? Boah. Gut, ihr wisst jetzt auch, dass wir jetzt regelmäßig trinken gehen müssen. Komm, gib Gas. Wir fahren mal woanders hin. Es gibt ja noch andere Gebiete, wo man so was machen kann. Ey, doch, ich kann doch geradeaus fahren. Nicht so das Problem. Außer plötzlich kommt der Alkoholeffekt, dann schießt er sich plötzlich komplett vom Auto. Alter, ich flieg vom Motorrad. Das passiert. Das Ding lenken ist ja kacke. Oh. Das ist total weg krank. Meiner fällt noch perfekt, obwohl ich Alkohol... Wow, fuck war. Ich weiß. Der legt da plötzlich einfach nach rechts, der Kollege. Ich weiß. Ah. Ich weiß. Oh mein Gott. Wenn das bei Fullspeed gleich passiert, ich bin so gearscht. Ich auch. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal geradeaus fahren. Ich sehe da vorne steht gerade ein Trabi rum. Ich kann nicht mal geradeaus fahren. Weil ich habe mal ein GTA-Mod-Video gemacht, ne? Ja. Ich habe es gesehen. Ich hätte mal den Trabi raus machen sollen, weil der steht jetzt hier gerade rum. Jetzt schieß. Das ist komisch. Hä? Ich kann kein Gas geben. Das... Aha. Tschüssi. Mehr geht's gut. Mehr geht's gut. Du hast doch nicht zu viel davon getrunken. Doch, ich bin offen. Ich bin mit dabei Alkoholiker. Ich bin Säufer. Okay, das ist was anderes. Ah. Ich kann nicht mal geradeaus fahren. Wie bist du? Ich habe drei Stecken davon reingezogen. Wo bist du denn? Ja, ich versuche geradeaus zu fahren. Mit ganz viel Glück. Wow. Ich kann nicht geradeaus fahren. Ich kann das so langsam fahren, weil sonst sonst haut mir die Karre weg. Mä, da wieder. Das ist mal nicht mein Fehler. Das ist so. Ja, das ist nicht mein Fehler. Wir hätten so viel getrunken. Oh. Bei mir Flakke, das kann so das Bild. Bei mir auch. Das ist total ignoriert. Aber ich kann normal fahren sein. Guck mal, ich kann halt mal geradeaus fahren. Aber es ist das Ding nur so nach links, dass ich gar nicht mehr nach links rechts fahren kann. So, aber wieder zum Suchtlevel abhängig. Jetzt wird mir das wieder angezeigt. Ähm. Guck mal. Guck mal. Ich mache gar nichts. Ich fasse auch noch mehr weg. Ich fasse mal alleine. Lass mich zurück zu meinem Haus fahren, wo ich mir einen Motorrad voll gefahren hatte. Oh. Wo bist du denn? Äh. Vor dir. Ich seh dich nicht. Ich bin die Reihe links abgebohlen. Die andere Straße. Ah, ist doch gut. Oh. Ich kann... Alter. Ich bin falsch gefahren. Bist du an Dunderdaten vorbeigefahren? Oh. Ne, bin ich nicht vorbei. Vorher bin ich links. Okay. Ah. Mein Gott. Ich kann nicht mal geradeaus fahren. Oh, oh, oh. Hey, links. Oh, du hast lange nicht was getrunken. Du hast jetzt einen Entzug. Ist schon eine mit... Was kann ich nicht so getrunken sein, wie du noch? Hallo, kommst du jetzt mal? Oh, ja. Ey, ich versuche es. Versuche jetzt mal mit drei dieser TNT. Bis gehst du noch nicht rauszufahren. Ich gebe mir nicht so viel gelbes Trinken aus. Bist du denn? Ey. Wolle in der Stadtteile bei Gelbpunkt. Ich fasse um noch geradeaus zu fahren. Ah, es geht. Oh. Wacke. Wow. Alter. Mein Motorrad ist gerade die Klippe runtergeflogen. Oh mein Gott. Ne, Alter. Oh, jetzt bin ich getrunken. Ne, guck mal, ich springe gerade die Straße runter und beim Aufsetzen ist mein Typ hat sich getrunken und zieht voll nach rechts gegen die Laterne mit Full Speed. Wo ist mein Motorrad hin? Ich kann nicht mal geradeaus fahren. Da unten liegt es. Alter. Wir sollten auch wieder das so machen. Ja. Das ist auch total... Oh. Alter, ich kann nicht mal geradeaus fahren. Alter. Wir sollten einfach jetzt auf dem Zug bleiben. Mal gucken, was passiert. Ah, ah. Alter, jetzt setzt der Alkohol bei mir gerade übelst ein. Ja, bei mir auch. Scheiße. Ja, ich habe auch noch die da... Oh. Wirst du denn bei der Stadtteile genau... Ah, ah. Ja, ich versuche da hinzukommen. Alter, das ist in der Farbe. Jetzt hat plötzlich mein Alkohol eingesetzt bei mir. Scheiße. Ja, ich habe auch diese Scheiße. D-N-D-Wett. Ich bin mein Geldpunkt. Ah. Jetzt kannst du gar nicht mal geradeaus fahren. Ich warte auf dich. Ja, da bin ich. Ah. So, dann lass mal runter zum, ähm, zur Arbeit da. Da hab ich nicht das Haus bestanden. Da wollte ich nicht hin. Das ist... Ah. Ah. Ich sag doch. Was ist das? Am besten die Leertaste halten. Sofort. Bremst du mit Handbremse noch nebenbei? Ja, mit dem Motorrad ist ne ganz geile Idee. Da kann ich direkt den Abgang hinlegen. Ja. Besser als wenn du den Autos schrottest. Dich. Oh, hier hab ich auch noch einen Mod drin. Scheiße. Einen 6er BMW hab ich auch noch drin? Loll. Ich fragte mal deinen ganzen GTA-Ord. Da steht hier ein M6 bei dir? Nö. Fuck, dann hab ich den auch noch drin. Mann. Dann hab ich den doch nicht rausgemacht. Kacke. Ist doch geil. Hass auf die Sowjetunion. Guck mal. Jetzt kannst du den Server Vio mit K-Mods versagen. Nö. Ich muss mal gucken. Ich hab scheiße. Super GT-Datei in den Originale hab ich gelöscht. Ich muss mal die Originale-Datei mehr im Grunde laden. Ah. Dammit. Das ist so kacke. Wer kannst du von mir haben? Na, muss mal gucken. Kommst du jetzt mal hier runter? Ich versuch es. Hier rechts, rechts, rechts. Versuch es. Ah. So, ich fahr schon mal vor, ne? Ich versuch es. Ah. Ich kann ja auch nicht mehr so gut. Ich will irgendwo nebar und will rauchen. Oh mein Gott. Ich kann nur, ich kann noch viel fahren. Und ich war gerade mal 60. Ich war gerade mal 60. Ich war irgendwo gegen zu lenken. Ich bin ganz schlecht. Ja, mein Typ macht das war ... Ach, du war halt bei 80. Mach mal die Typ. Alter. Ich kann mir mal gerade ausfallen, wenn ich immer die fast die Nähmacht fahren. Nee, geht's gerade wieder. Ich bin perfekt fahren. Ja, da bin ich einfach das ganze Bitte. Hammer hell. Der hat aufgeworfen, ich bin schon wieder normal. Ich ne, nicht. Ich war das Traum noch ein bisschen, glaube ich. Ich habe auch gleich diese, diese tollen Wildskills gekauft. Drei Dirk oder vier Stück. Keine Ahnung. Ich kann nicht mal gerade ausfahren. Ich versuche gerne, mir gerade auszufallen, aber es geht irgendwie nicht. Scheiße, ich sollte das Motorrad nicht mit aufm Weg parken. Kacke. Ich glaube mal auch. Ich versuche gerade, ey, das ist doch nicht hier ... Oh, leck das. Wir hätten sich hier eigentlich die Rasenmäher gekauft. Das kannst du. Ja, aber ich kann mir das tun. Wir holen. Wieso? Ja, warum sollte man sich so einen holen? Scheiße, der Motor angelassen wieder mal. Äh, dann kann man, man kann als ... äh, boah. Mein Gott. Ich werde hier nicht alles umnieten. Ich warte um am Haus. Ich warte um am Haus. Als Pharma kann man Drogen anbauen. Okay. Ich warte um am Haus. Ich warte um am Haus. Ich warte um am Haus. Ich warte um. Ich warte um am Haus. Ich warte um. Ich warte auf dich. Lalalala. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin so leicht betrunken. Nur mein Auto zieht dauernd Hammert stark nach links. Das geht aber gar nicht. Oh, 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 oh. Ich kann aber noch lenken. Ich lenkere mich. Ich lenkere mich. Das geht immer gar nicht. Also einfach mal ein EKW-Stopp treffen. Oh, oh. Nee, ich stehe oben am Haus gegenüber der Fahrschule. Komm da einfach hin. Die Fahrschule. Ah, wo die Fahrschule denn? Oh, ich verliere endlich an Alkohol. Oh, ich habe das voll die Leiste. Hast du die auch voll? Oh mein Gott. Wenn die Leiste. So leistet die mal mal oben einblendet. Nee, die ist bei mir gar nicht mehr angezeigt. Ich habe die voll die Leiste. Jetzt komme ich ja auch, ey. Ich, was war es? Das ist gar nicht so, Alter. Fahr du mal mit voll 20 Promille hier rum. Dann bist du tot. Man kann nicht mal gerade ausfahren. Dann wärst du auch tot. Dann kannst du auch nicht mehr fahren. Richtig. Das ist etwas übertrieben Relife. Oh. Ich finde das in SMP etwas schlauer, weil da haben das... Oh ja, fahr weg. Nebelwandbereitdrücke, um sie auszulösen. Reifenpumpenbereitdrücke, um sie einzusetzen. Hä, lol. Ja, ich habe gerade bei einem anderen auf dem Motorrad gesetzt. Ich denke mal, der hat das eingebaut. Ja, dein Eindruck fällt eine Nebelwand aus. Aber das ist ein Gas. Ich versuche das. Ich fahre nicht. Oh, ich kann nur 80 fahren. Ich fahre nicht. Dann fahre ich in die Wand. Komm. Typ. Nein. Nach links. Mann, die will immer da die Wand fahren. Schieb mal kurz, mein Motorrad müssen an die Wand. Ich komme gleich hin. Inso... Äh, das kann doch nur... Das kann sich ja nur so um 5 Minuten und auch handeln. Ach, ich muss mal kurz als Handy gehen im Spielen. Heizt dich, puo-pup. Pick-up. So, ich habe abgehoben. Kommissar wollte. Ach, er wollte ich immer noch Alkoholiker. Ich auch. Oh mein Gott, und ich habe die Leiste immer noch voll. Und kann so benötigen, damit ich nicht gerade auswarten. Ach, nämlich die Laterne als, äh, Trump. Ich muss mein Auto gleich gar, gleich gar barrieren. Sollen wir jetzt Schluss malen und du reparierst ein Auto noch in der Zeit? Sollen wir so machen? Ja, können wir. Oh. Ich komm, ich komm da jetzt hin. Ich bin gleich da. Ein bisschen, bisschen mit fahren können. Ich fahr, ich versuche jetzt gerade über 80. fahren, aber... Ah. Ja, das klappt. Alles. Ich möchte bitte... Lol, hat man geht da... Es hat man geht da, sich weggeschossen. Haha. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss, oder? Ja. Na, man geht da. Gut, äh, sagen wir, verabschieden wir uns, äh, von euch und, äh, von, äh, we, we live. Nächstes Mal denke ich dann wieder Solo, weil ich jetzt ein bisschen was man weiß. Erst recht gehen wir dann wieder trinken. Ähm, und, ähm, ich sag mal, ich bin der... Das ist nicht so viel, sonst kannst du nicht mal gerade ausfahren. Ich mach erstmal kurz safe position, dann bräuch ich nämlich jetzt nicht so lange warten. Ja, ich kann das nicht mehr schnell genug machen, meine GT hat sich verabschiedet. Ja, warte, du musst es auseinandergeschrieben, ne, safe position. Nein, nur einfach nur safe eingeben. Nein. Doch. Auf jeden Fall sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Ähm, ich bin der GDN 05. Danke, dass du dabei warst. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr euch auch Bewerbungen reinschicken und die mich total überzeugen, könnt ihr auch mal dabei sein. Einfach mir den Video schicken und schon ist gut. Ähm, ich muss wirklich den Zeitdruck kriegen. Lockout abgebrochen? Warum? Lol. Du, weil ich am... Warte mal, ich muss sagen, wir hängen ab, heißt, auflegen, ne, hängen ab. Ja. Ah, gut. Ähm, auf jeden Fall sind wir uns am nächsten Mal wieder. Ich muss gucken, was wir da machen. Noch ein bisschen den Job hochpushen, meinen Fahrjob. Ja. Weil ich Level 40 bin und er noch nicht. Hm? Weil ich ein bisschen angegeben hab und Level 40 bin. Ja, genau, deswegen. Und, äh, ich sag mal, haut rein, wir sind uns am nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao! Ciao!